Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben es endlich geschafft. Wir haben mit den Gewinnern nach ewiger Zeit, ich muss mal kurz gucken, der 25.05. war es, da ist das Gewinnspiel rausgekommen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft mit den Gewinnern Elvin Assassin zu zocken im PvP-Modus. Es gab ja vier Gewinner, also der Zitronen hat zwei Keys verlost und ich habe zwei Keys verlost auf meinem Kanal. Und ja, Gewinner waren Abraxa und Sandora auf Zitronenarztseite und auf meiner Seite war es der McKay und der Jörg M. Der Jörg M. hat jetzt leider nicht mitgemacht, also wir haben nicht alle auf einen Termin jetzt zusammenbekommen können, aber trotzdem, wir waren insgesamt fünf Leute. Ich habe mal pausiert und mal der Zitronenarzt und wir haben richtig coole Runden gezockt, also hat mega Bock gemacht und wir wollen jetzt auch ab und zu mal trotzdem uns treffen und da Elvin Assassin zocken, weil es so cool war. Wenn man es lange zockt, ist es wirklich schweißtreibend und es kann wirklich auf die Muskulatur der Beine gehen, weil man sich wirklich immer hinknien muss und bücken muss und so weiter, um nicht getroffen zu werden. Aber schaut einfach ins Video rein, war ein richtig genialer Abend und ja, ich sage nochmal Danke an alle, die jetzt mitgemacht haben beim Gewinnspiel. Bald kommt auch bestimmt nochmal ein neues Gewinnspiel von mir, da könnt ihr ja dann wieder mitmachen und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi Leute, willkommen beim Tupac VR und beim Zitronenarzt. Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Ja, wir haben heute endlich unsere Gewinnspielrunde mit den Gewinnern McKay, Sandora und Abraxa. Ja, nach langer Zeit haben wir es endlich geschafft. Da war leider zu 15 heute, wechseln wir uns ab. Also mal spiele ich, mal spielt der Zitronenarzt und ich würde sagen, wir legen direkt los und viel Spaß. Jetzt gibt es auch für Mütze. So, in der ersten Runde fehle ich jetzt erstmal oder setze ich aus. Ich habe hier aber die Live-Übertragung von Sandora. Ich sehe praktisch alles, was sie sieht. Mal schauen, wie oft ich den Tupac sterben sehe. Ich habe gerade schon Zeit. Ich bin McKay. Ja, ich sehe, Sandora geht hier mit der Bruteforce-Methode vor. Sie sucht sich ein Ziel aus, nimmt es unter den Schlagen und ist einfach ein Towerfeuer. Braxa! Wo bist du? Oh, mecke ehrlich. Oh, Headshot! Hitterfuss. Ja, mehr war von dir her nicht zu sehen. Oh! Sag mal! Sandora! Truepac? Ja? Äh, geht's mal weg? Sag mal! Guck dir das an! Ich glaube es nicht. So, wo sind die Gegner? Wo sind die Partyleute? Oh, der war fies. Nee, das schaffe ich nicht. Du bist aber auch voll in der Mitte hier gerade, ne, Sandora? Mhm. Hä? Ja, geht aber hoch. Wo bist du? Und schön in die Knie jetzt. Hast du Roomscale gerade? Da, wo der Fall ist. Das kann nicht angehen, ne? So, mal. Woanders andere Gegner suchen hier. Ich bin zu schnell. Mensch! Von wo wäre ich denn gerade beschossen? Ja! Wir versuchen mal was. Du kannst doch nicht mich erschießen, wenn ich mit Kay verschieße. Oh, ey, Headshot. Ich bringe Kay. Dann wird jetzt hier Sniper. Bisschen ruhig. Oh, haltet mal! Oh, ich werd jetzt hier von zwei Seiten. Leute! Fuck! Sandora, mit dem Sniper-Schuss gibt nichts mehr heute. Sag mal, wer war das? Das war McKay! Ich war es nicht. Nein, nein. Oh, guck mal, ganz still und heimlich, weißt du? Sagt hier nichts? Ja, ja. Er schleiche sich von hinten an, ne? Und dann... Hallo, Sandora! Ja, guck, guck! Wo ist hier irgendwer? Da unten ist er. Ich sehe euch. Ich glaube, ich habe hier rund 10 Sekunden Zeit verzögert. Das macht das Ganze von den Kommentaren ein bisschen lustiger für mich. Sag mal, das kann doch nicht... McKay, du hast auch geübt, heimlich. Gar nicht, gar nicht. Na klar! Von wo kam der denn? Ach, von da unten! Oh, nee, ich bin wieder du! Wieso ich? Mensch, da in der Mitte! Ja! Guck mal, da steht's auf! Jawohl! Mein Gott! Das macht mich auch weh, das ist aufstehend! Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, guck mich... Wow, jetzt krieg ich hier wieder von zwei Seiten. Abraxa! Kann ich da so rüberschießen? Das ist nicht nett. Oh, Mann, oh! Ich war so gut in der Deckung. Tupac, du wirkst einfach sehr anziehend auf das weibliche Geschlecht. Drum musst du das positiv sehen. Okay, danke. Der McKay will nicht so recht. Du, aber auch nicht. Nee, ein harter Gegner hier. Oh, Tupac, du bist im Feuer hier. Eieieiei. Ich komme hier auch nicht weg. Guck dir das mal an. Durch dieses scheiß kleine Loch hier muss ich schießen, ey. Siehst du das nicht runter? Ich sehe es, ich sehe es. Das ist aber sehr klein. Aber ich habe es auch schon probiert. Kannst du sagen, ich habe es auch schon getestet. Tupac, komm mit dem Kopf ein bisschen hoch. Leute, was ist denn, was ist denn los hier? Komm doch mal hoch. Alle gegen Tupac. Was ist denn, das ist nicht nett. Mein Loch ist schon zu mit Fallen. Leute. Das ist klar. Tupac, guck mal. Nein. Habe ich dich wenigstens auch gekriegt? Nein, aber ich habe dich getroffen. Oh, McKay. Oh. Okay, okay. McKay. McKay. Wir greifen nochmal an. Ist da unten noch wer? Ach, guck mal. Abraxa, ganz still und heimlich. Wo ist sie jetzt hin? Oh, jetzt haut ihr mich hier alle. Ja, du musst auch mal einen Pfeil reinkriegen. Hallo, du hast mich die ganze Zeit bestochen. Ja, aber die Revanche, die kommt jetzt definitiv. Ah, getroffen. Abraxa, Abraxa, guck mal. Von hier kriege ich gar nichts. Abraxa. Nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ein Stückchen, na? Ey, wer schießt denn da von da hinten? Tupac. Ich habe gerade gesagt, ich soll alles hier rausgehen. Du kannst dich auch wie Zitrone als Tupac nennen. Tupac. Tupac. Voll das Pack hier. Jawohl. So, Tupac, wo bist du? Ja, ich warte, dass ich eine gute Position habe für dich. Also Sandor, jetzt schieß doch mal den Dot ab. Jawohl. Den Dot habe ich doch tot. Der Tupac wieder hier. Guck mal, der McKay. Wie gesagt, von mir ist ja zeitverzögert. Was ich hier sehe, ist wahrscheinlich schon größte Geschichte. Muss mal eben mein Stöbsel wieder reinstecken. Boah, echt ey. Leute. Müssen wir das Video auf Platz 18 stellen, oder was? Ja, definitiv, glaube ich. Wow, ja, der war gut. Der war sehr gut. Oh, Brank, ich denke, du musst deinen Stöbsel reinstecken. Oh, schon wieder. Da schieb die auf mich. Jetzt haut er aber rein hier. Bam. Bam. Wo ist er? Kann ich da hin? Boah, Sauass. Sag mal. Komm wieder. Ja, Leute, wie ihr seht, kann man mit sowas auch am Montagabend Spaß haben. Es muss nicht Freitagabend sein und man muss keine Bier-Intus haben. Die Leute hier haben andere Sachen Intus. Boah, Branker. Pfeile. Ja, Pfeile. Pfeile und Schnüppsel. Okay, hier, guck dir den Tupac an. 13,5. Ja. Aber ich glaube, die nächste Runde würde schon ein bisschen aussehen. McKay schießt sich langsam ein. Ja. Okay, los geht's zur Runde 2. Okay. Oh, ich stehe hier wieder voll auf dem Präsentier-Teller. Milch. Wow, Sandora. Ja? Warum schießt du direkt? Ja, du musst doch einfach mal den Kopf oben lassen. Wo bist du jetzt? Wie du kannst du dich da hinporten so schnell? Aua. Ich bin weg. Komm, Abraxa. Komm. Ich hab's auch gefunden. So, von hier krieg ich aber keinen... weiter. Versuch mal einen Kunstschuss. Nee. Nicht schon wieder auf mich. Aber... Ich krieg's uns keine Ahnung, wenn du uns mal den Kopf übernimmst. Ich krieg's uns keine Ahnung. Er ging voll in mein Auge. Ja, Leute, wie ihr seht, ist im Multiplayer richtig geil. Macht Spaß. Besonders, wenn man sich hier bekriegen kann mit einem gewissen Personen. Oh, scheiße. Mann. Okay, guck mal was. Von allen Seiten, ey. Bam, Tupac. Oh, Sandora, dann kriegst du zurück. Oh, T-T-T-Di. Definitiv. Ich hab dich erst zweimal getötet. Ich wollte einfach nur da hinten hin. Oh. Was war denn das? Maxi. Mello. Ich hol gleich den Simon, der muss meine Ehre retten. Nein. Das ist ja cheat'n. Tupac. Quatsch. Du kleiner, böser Zwerg, ey. Oh, nein. Jetzt geht's aber in die vollen, ne? Aber stopp. Kleiner, böser Zwerg. Erleben sie mir wachsam nicht mehr als zwei Sekunden im Stück überlebt. Tupac. Nein, ich bin schon wieder. Fuck. Tupac, eigentlich hast du mich doch lieb, oder? Ja, klar. Ja. Ja? Nee, hast du gar nicht. Guck mal, du schießt mal noch. Komm, Sandora. Nee, nee, nee. Sandora, du willst ja doch auch. Nein. Tupac, ich seh dich nicht. Ich seh auch nur deinen Bogen hier. Hallo. Die musste auch im Boden kriechen gerade. Ja, ich glaub, das macht sie. Der hat mich getroffen. Ich glaub's nicht. Wow. Das war ein Glückstreffer. Ui. Ach, Sandora. So. Ich hab gerade versucht, dahin hinzukommen. Ich will einen Durchschnitt errechnen. Ich glaube, ich werde am Ende im Durchschnitt alle zehn Sekunden gestorben sein. So, ein bisschen mal verstecken hier. Ah, meine Rift hat sich aufgehangen. Okay. Dann nicht mehr auf McKay schießen. Wer sonst? Oh, ich wollte auch endlich mal für ihn treffen. Ja, komm, Abraxa, ich steh hier. Guck. Abraxa, komm. Abraxa, komm. Komm, ich schieße es einmal. Da, guck. Sag mal, wer spielt jetzt mit welcher Brille bei euch? Also McKay spielt mit der Rift. Auch mit der Rift. Oculus, Oculus. Ich hab leider nur die Rift. Okay, und die Sandora spielt mit der Vive? Nein, mit der Rift. Ich hab nur die Rift. Jetzt hab ich aber jemanden, in dem Fall ist es hier Abraxa, die mit der Vive spielt. Aber wenn Harazi das hier mitkriegt, ne, die können mir gerne eine Vive schicken. Ist kein Problem. Und uns zwei neue Testcontroller. Oculus können mir gerne auch was schicken. Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt gucken darf, was sie haben. Also wir nehmen alle gerne eine Vive, du hast es nicht, ne? Ja? Ja, klar. McKay ist raus erstmal, aber er kann ja nochmal nachjoinen. Ja. Aber wer zu tun, als guckt mal. Sandora haut gerade richtig gut rein. Braxa, wo bist du jetzt hin? Hallo. Da steckt. Ich seh dich nicht mehr. Michael ist campend auf dem Fußboden. Das war doch Last Man Standing, oder? Oh nein, ich bin in den Fall gelaufen. Yes. Oh, Tupac, hast du ein Glück. Guck mal, da wartet er, dass ich spawne und attackiert mich hier gleich wieder. Ich wusste doch nicht, wohin du spawnst. Ach, du hast doch schon so ein Radar bestimmt. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, Tupac. Ich bin wie der Wind. Ja, ich merk das schon. Oh, shit. Ey, seh mal. Er verwirrt mich. Das ist nochmal die von Patrick Swayze. Wenn er links wärs, dann hätt ich dich getroffen. Schieß leicht, du. Nein. Ja, genau. Da war doch was. Ach, jetzt hör so. Aber ich fang jetzt nicht anders zu singen. Kannst du das rappen, Tupac? Oh. So. An den hinten, in den Kopf. Wo sind die bösen Gegner? Ach, guck mal, der McKay ist auch wieder da, still und heimlich. Ja, ja. Ja, ja, still und heimlich, ne? Nein. Ach, Mensch, ich muss mehr Zielwasser trinken. Ja, ich krieg schon Muskelkarte hier. Oder ne Zerrung. Oh, Tupac schon wieder. Hallo? Hallo? So fett bin ich nicht. Ich stehe hinter diesem Ding, ey. Alles. Wow. Dieses Geräusch immer, wenn der Pfeil eindringt. Er so. Er hat mich entdeckt. Oh, spuck. Okay, nimm doch mal den Kopf ein bisschen hoch. Wo sind denn jetzt alle hier? Leute. Tupac bleibt ja da. Also, Leute, ich kann so nicht arbeiten. Was war da? Oh, fein, der Priester. Oh, damn, yeah. Einmal mit Profis, oder Tupac? Ja, einmal mit Profis. Tupac. Nicht schon wieder. Wollte ich jetzt gerade getrunken? Nee, ich dachte, du hättest mich neu erwischt. Nee, leider nicht. Wer hat eigentlich die letzte Runde gewonnen? Ich hab das vorhin nicht mehr getrunken. Aber auch Tupac. Guck mal. So wie jetzt. Bist du schon da? Ach ja, in mir. Okay. Tupac. Ich sag jetzt mal nix. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Dann bitte ich Sie drumherz. Tupac für WeAppack. Ich kann nicht startdrücken. Du musst drücken. Ich kann start. Ach, sie hat den Host übernommen. Ja. Ach so. Ich drück jetzt. Go, go, go. Jetzt bin ich eine ganz arme Sau. Zwei, zwei, eins. Eins. Los. Hallo. Ihr seid alle da hinten. Boah, das ist böse. Das war übel. Das kriegst du wieder. Oh nee, jetzt bin ich ja hier. Nein. Tupac. Tupac. Habe ich dich getroffen? Nein, habe ich nicht. Richtig ist es Tupac. Tupac. Nicht Tupac. Wo steht er denn jetzt? Wenn jemand bei W.A.P.A.P.C. dabei ist, dann heißt er auch Tupac. Tupac von W.A.P.A.P.C. Wo steht denn der hier? Die liegt doch da auf dem Boden. Das kann doch nicht sein. Nein, ich... Kommt, Sandora, komm. Hocke. Ich hocke. Ich habe doch eben noch gesagt, hocken geht nicht mehr aber ich brauche knieschonen oder so ist unmöglich dich zu treffen so ja ich sehe dich auch ja weil du liegst nein ich hocke nein mann rache ist blutwurst oder wie war das jetzt meine rache ist süß so sandora was denn tupac jetzt steh mal auf und lass dich mal drei kilometer trifft er mich hier darf ich aufstehen nein ich habe nichts dagegen ich habe aber hier schon ein bisschen das gefühl ich habe ja so ein bisschen die arschkarte gerade voll nur auf mich gut da muss ich jetzt taktisch vorgehen ja ganze ich gebe mir sandora ja liebe sandora ja liebe zitrone du findest doch auch die zwei ganz blöd oder da sind wir uns ja einig ja finde ich auch da sollte man sich auch in so einer situation einig sein ja und gleich kommst du denn von hinten und bämm oh nein du hast doch in fern was hast du eigentlich hier das geht doch gar nicht ich habe noch eine kleine ritze der einzigen punkte nicht machen könnte wir jetzt gegen sandora aber das lasse ich stand neben mir ich wollte gerade sagen ich habe elbenblut aber der mckay ist immer noch besser ach komm hier mckay leck mich doch wo die sonne nicht hinscheint kommt man von allen seiten kommt ist auch da ich bin auch da hallo das kann nicht angehen na von wo schießt hallo nick mich hallo zitrone die verfolgt mich ja der hat mich getroffen mich auch gleichzeitig weiß nicht wie das geht das sind so ein matrix trick gewesen ja ja toll jetzt wo ich tupac hätte treffen können ist er schon tot ja das war ich sehe es als eingefallen an gott das zitrone die hau ich jetzt mal nicht schlavenzeln die da hinten schon wieder rum das wird wieder ein harter kampf hier ich sehe das schon also wir brauchen neue munition sandora ich hab doch einen kampf hier mit mckay hast dich da immer noch dritte einmischen müssen so sandora was denn das war doch schieten gerade oder der war gut nein der war echt gut ja endlich aber lange habe ich drauf gewartet dann ist doch schon dann ist doch echt das jetzt schon wieder kaum ist an einem ort hat er mich im visier und trifft auch noch weißt du wenn ich ja ich hab ich muss mich jetzt recht rächen nein ich glaube einfach dass er irgend so ein automatisches zielen aktiviert hat so wie bei tombride oder so dass man einfach nur noch in die richtung halten im fall trifft immer das bestimmt so ein feature von einer rift oder so aber ich habe ich auch noch mitgenommen Ey, das kann doch nicht sein. Der war mal gut, ey. Oh Gott, Zitronen ist auch noch da. Jawoll. Hast du 2-Pack? Ja, ich hab 2-Pack. Yeah. McKay. So, Leute. Ah, Mist. Jihihi. Jippie jay, Schweinebock. Oh, guck mal, 2-Pack schleicht sich von unten an. Siehst du? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt versteckt er sich da in so einem Loch drin oder so. Leute. Wo seid ihr denn? Da hinten, ey. Gegenüber von dir. Ach, vorbei. Ah, guck mal, steht da, wo er schon wieder steht. War sehr knapp, aber war sehr knapp. Guck mal, ich bin elfmal gestorben. Ah. Sandora, das war aber nicht schlecht, du. Ja. Sandora hat mich fünfmal hintereinander abgeknallt, glaube ich. Viermal. Ich hab vier Kills in Folge gehabt. So, seid ihr alle ready? Der Zitrone hat sie so klein auch, Zitrone. Ja, ich lieg auf dem Boden hier. Wo die... Was? Nicht weinen. Ach, da... Die Zitrone ist so klein. Ich kann auf zehn Spitzen mich hinstellen. Boah! Da geht der Dreck ab, ey. Kann ja wohl nicht angehen hier, der Two-Pack, ey. Ja. Leck mich da, aber wieder beide. Das liegt einfach daran, dass ich kein kabelloses System habe. Und ich stolper ständig über mein Kabel, ja. Ich hab auch ein Kabel, ja. Ich auch. Ja, ihr seid euch das gewöhnt. Genau. Ihr kennt nichts anderes. Nein! Och, Two-Pack! Ich treff ihn nicht, das gibt's nicht. Wo ist er denn schon wieder? Ah, er trifft mich natürlich direkt. War ja klar. Ruhe! Halalala. Jawoll! So sieht's aus. Sehr gut. Oh nein, nicht Two-Pack. Nicht der! Die trifft mich die ganze Zeit. Hab ich irgendwie einen Magneten am Körper oder was? Ich hab dich jetzt einmal jetzt in der Runde getroffen. Es ist so schlimm. Sandora ist mein ärgster Feind. Hohohohoho. Guck mal, jetzt geht er sogar extra schon da hinten hin! Rippeel! Ich hab Angst. Dir kommt gleich wieder, die Sandora. Nein. Du jagst mich jetzt bestimmt. Nein! Guck mal, weißt du, er steht da oben, sagt sowas, und schießt hier schon auf mich. Nein! Jawoll! Beilegolas. Hallo, wo seid ihr alle hin? Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er! Oh nein! Doch, doch Sandora. Hoffentlich kommt jetzt kein dritter dazu. Nein! Komm, komm, komm. Guck raus. Ey, sag mal, ich hab dich doch getroffen! Nein, hast du nicht. Doch. War das ein Double-Kill, oder? Nur du mich hat killen, oder? Yes! War nur ein Kill. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ach komm, leck mich! Er kann nicht mehr und dann schießt er in den Kopf, ne? Ich kann nicht mehr, pfff! Hehehe. Oha, shit! Ich steh' ich! Steht er da? Hä? Au! Ohne dich zu sehen! Ey, wie geil! Du schießt immer, wo ich hin spawne, irgendwie! Boah, beide miteinander! Sandora, hilf mir! Oh nein! Wo bist du? Da! Äh... Ach, das ist... Ach komm, leck mich! Ah! Hä? Wo hockt er denn jetzt? Zitrone, ich kann nicht gut leiden, aber das mach ich nicht! Wo laufen sie denn? Guter Schuss! Ach, sind die schon wieder da hinten, ey! Wow! Ich bin doch gerade erst geschossen! Oh, du, das hätt' ich fast Sandora abgeschossen! Sorry, not sorry! Oh, Mist! Ja, endlich mal! Guck mal, der... Tupac! Der Schweizer Rapper! Ja! Der trägt sich auch gerade! Von hier hinten, ey! Wuhu! Warum alle gegen mich irgendwie? Warum wohl? Das fragst du dich? Ja, schon! Komm Sandora! Was denn? Lauf in meinen Pfeil rein! Ach, Mann! Nö, warum? Geht doch! Zitrone! Haben sich alle eingeschossen! Alles gut bei dir! Gut, gut ist ein Schokoladenkuchen! Ach doch, das war der Richtige! Ich hab schon gedacht, ich hätte den Falschen erwischt! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Tupac! Oh Gott, ich hab Angst! Tupac! 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 Yeah! Zitronebombe! Ich hab nicht aufgehört! Ich hab das Gefühl, dass ich Staatsfein Nummer 1 bin hier! Oh! Was ist denn das für ein versteckter Raum? Was ist denn das für ein versteckter Raum? Was ist denn das für ein versteckter Raum? Was ist denn ein Raum mit einer Kerze drin? Das hab ich noch gar nicht gesehen! Wo denn? Boah, du... Jawoll! Ah, Mist! Yeah, du hast mich gerecht! Yeah! Tupac! 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 Dad, jetzt weiß ich wo du bist! Nee, ich bin tot! Guck mal, also laut meiner Vive habe ich den einmal getroffen, aber der Fall geht durch wie nix Der geht durch wie Butter Aber hallo Sag mal, Tupac Guck, ich kann es aus der Haustür Boah, ich kann schon wieder an mir vorbeizischen, weißt du? Nee, echt Nee, tut wirklich Das war unfair, du, sorry Ich lasse dich jetzt entkommen, ich könnte jetzt wieder schießen, aber ich lasse Nein, oh Meckay Guck mal, kann doch nicht angehen Ich schieße durch dich durch Boah, hier ist mein Zimmer fertig Ich dachte auf sowas, du Wow Yeah Harter Kampf Und wer ist Austin Powers? Nee, wer ist Mini-Me? Sandora, weil die immer auf dem Boden liegt Ja, Glückwunsch, Meckay Ja, Meckay Ja, gratuliere Ja, richtig, richtig cooler Abend Ja, danke War cool Und anstrengend Hat Spaß gemacht Ja Ich schwitze Dann sage ich mal tschüss Ja Ja, schönen Abend Tschüss Tupac Tschüss an alle Zuschauer Und bis zum nächsten Mal Spielt was Schönes Genau Tschüss 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 omas Another